Hansesound veröffentlicht Airborne, Flügel aus Stahl mit Nicolas Cage, Tommy Lee Jones und Sean Young in den Hauptrollen auf DVD, Blu-ray und auch im DVD und Blu-ray Media Book. Der Film stammt aus dem Jahre 1990 und ist sowas wie Top Gun, nur mit Kampfhelikoptern. Wir haben coole Action, coole und auch dämliche Sprüche, ja, aber jede Menge Unterhaltung, wie es eben in den 90er Jahren Actionfilmen angesagt war, auch wenn das Ganze ein bisschen cheesy ist und natürlich auch etwas trashig, denn auch für gute Unterhaltung ist gesorgt. Wir haben den Film hier in HD neu abgetastet vor uns liegen und die DVD und die Blu-ray darf ich an euch weiterschenken, die ihr hier seht. Falls ihr daran Interesse habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Verseht das Ganze mit dem Hashtag Hansesound und schon seid ihr mit dabei. Ihr solltet euch aber beeilen, weil ich diese Verlosung, dieses Gewinnspiel relativ zeitnah auflösen werde, spätestens wahrscheinlich am Freitag. So viel einmal dazu. Wir gucken uns jetzt selbstverständlich an, was das Media Book zu bieten hat. Es ist limitiert auf 1500 Exemplare, kommt auch wie die neuesten Media Books von Hansesound üblich mit dem verstärkten Mittelsteg daher und sollte eigentlich wattiert erscheinen. Leider kam es da aber zu produktionstechnischen Schwierigkeiten. Das Ganze hätte sich endlos verzögert und so hat man dann beschlossen, hier auf ein wattiertes Media Book zu verzichten. Macht aber nichts, denn hier haben wir ein durchaus schickes Media Book vor uns liegen mit einem wahnsinnig tollen Cover Artwork von Ralf Krause, nehme ich mal an. Zumindest sieht es so aus und die Farbstimmung, die kommt auch richtig cool hier rüber. Die Gesichter sind alle einwandfrei hier, als auch die Schauspieler, die sie darstellen sollen, zu erkennen. Und das Ganze hat einen richtig, richtig tollen Look. Das gefällt mir sehr gut. Schade, dass wir hier so keine Veredelung haben mit einer Spotlack-Lackierung, wie wir das zuletzt gesehen haben bei den Media Books. Aber ich denke, weil man hier eben umsteigen musste aus produktionstechnischen Gründen von wattiert auf Standard, war da für so eine Veredelung nicht mehr Zeit. So viel einmal dazu. Dann haben wir hier den Spine. Hier oben haben wir das Logo. Hier unten haben wir den Titel. Und darunter haben wir eben das Blu-ray und DVD-Logo. Das passt. Und auf der Rückseite haben wir den Media Book-typischen Aufbau mit einer Inhaltsangabe, ein paar Set-Fotos und natürlich auch den Credits. Darunter haben wir die technischen Spezifikationen, Laufzeit der Blu-ray und der DVD, das Bildformat der beiden Discs, dann die Tonspuren. Außerdem haben wir noch das Bonus-Material, das beschränkt sich hier aber leider nur auf Trailer. Und des Weiteren haben wir den Hinweis, wir haben ein 24-seitiges Booklet mit am Start. Also so viel einmal dazu. Dann bin ich jetzt hier auf das Innenleben gespannt. Haben wir sehr schön gelabelte Discs. Es beginnt mit der DVD, wie wir hier sehen können. Schön, diese Helikopter. Und dann haben wir hier auch ein richtig cooles Helikopter-Motiv. Also das macht definitiv schon mal was her vom Booklet hier über in den Innenprint. Ich kann das Ganze ein bisschen höher halten. Typisch hier reingeklebt, schauen aber keine großen Klebereste aus. Raus. So, und dann geht es hier weiter mit dem Booklet-Text. Ein Text von Peter Osterried haben wir hier. Und abwechselnd haben wir dann eben ein Bild und eine Seite mit Text. Das Bild hier ist jetzt nicht so scharf. Ich denke mal, das liegt aber auch am Alter des Films. Das kennen wir aus den Veröffentlichungen der 90er Jahre. Damals hat man eben nicht so stark darauf geachtet, hier das perfekte Material dann lange auch aufzuheben. Da muss man dann eben damit leben, was aus der Zeit noch übrig ist. Und das hier geht eigentlich schon wieder. Das ist okay. Und wir sehen es hier. Immer diese Stimmung. Und man fühlt sich gleich an Top Gun erinnert. Und es ist ja auch so, die sind da auf dem Stützpunkt, arbeiten mit ihren Helikoptern dran, an so einer Einheit hier zu bilden, um so ein Drogenkartell aufzuheben. Und da kommt es eben mit dem Ausbilder und auch der Ex-Freundin von Nicolas Cage hier immer wieder zu ein paar Reibereien. Das ist klar. Und wir haben hier eben dann die beiden abgebildet. Tommy Lee Jones. Der typische perfekte Ausbilder. Ja, die perfekte Besetzung für so eine Rolle. Die Rolle zieht das immer knallhart durch. Kauft man aber auch definitiv die Rolle ab. Hier das Bild ist schon wieder etwas schärfer. Also ihr seht, das schwankt. Liegt halt am Ausgangsmaterial. Das ist klar. Textlich geht es dann hier auch um die Wunschbesetzung, wie ich mal hier lesen kann, wenn ich das Ganze hier durchblätter. Und auch sonst um Nicolas Cage hier und Tommy Lee Jones. Volcano lese ich hier und auch Man in Black. Zwei sehr bekannte Filme mit Tommy Lee Jones, wo er überall mitgespielt hat. Und eben auch die anderen Stars hier dieses Films. Dann haben wir noch ein paar Plakate. Firebirds, so der englische Originaltitel des Films. Schon immer komisch, dass wir in Deutschland immer ganz andere Titel teilweise haben. Und dann sind wir hier auch am Ende angelangt. Dieses Media Books haben hier dann nochmal die Disc, die Blu-ray Disc mit dem Motiv von vorne drauf. Das ist okay. Das packe ich mir dann auch direkt hier rein. Ah, wir haben zwei unterschiedliche Helikopterabbildungen hier. Motive. Das ist auch cool. Warst perfekt. Und so sieht das Ganze eigentlich schon richtig cool aus. Also demnächst verfügbar ab dem 12. August offiziell bei Amazon und JPC als Veröffentlichungsdatum genannt. Einige Shops und Händler haben das Media Book aber schon früher und auch ausgeliefert. Kommt auch ganz gut weg in den sozialen Medien und finde ich jetzt durchaus auch eine gelungene VÖ. Preislich sind wir bei dem Media Book hier bei 23,99 Euro. Das kann sich als HD Premiere mit diesem schicken Cover auch durchaus sehen lassen, wie ich finde. Die Blu-ray ist bei 11,99 Euro angesetzt und die DVD bei 9,99 Euro. Und falls ihr euch für die Blu-ray und DVD interessiert beim Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schreibt mir das, wie anfangs erwähnt, in die Kommentare rein. Verseht es mit einem Hashtag Hansesound und jo, dann seid ihr mit dabei. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken meine Freunde. Auf bald und Servus.